Stürmische Zeiten beim CFC. Nach 5 Niederlagen in Folge sollen endlich Punkte her. Berlin aber mit dem besseren Start. Neuzugang, Kevin Langford. Glück für Chemnitz, kein Tor. Der Ball klar vor der Linie. Der CFC arbeitet sich rein in die Partie. Reuter, sein Schuss aber noch geblockt. Benjamin Duda energisch an der Seitenlinie. Sein Verteidiger Walter zu energisch. Gelb-Rot nach 67 Minuten. Nach diesem klaren Foulspiel gegen Stockinger. Berlin rennt in der Folge an und Chemnitz kontert. Leon Dahmer, Bethke ist zur Stelle. So bleibt es beim 0 zu 0. Der erste Punktgewinn für Benjamin Duda. Chemnitz bleibt Tabellen 16.